Hallo und herzlich willkommen bei WedigStars. Ich möchte mit euch heute noch einmal über Jupiter und seinen Transit in den Wider sprechen. Und zwar beschäftigen wir uns heute damit, was dies für Deutschland, Österreich und die Schweiz bedeutet. Jupiters Transit bringt immer Wachstumschancen und Expansion mit sich und beeinflusst dann eben unterschiedliche Lebensbereiche. Bevor wir uns die einzelnen Länder angucken, noch eine ganz allgemeine Bemerkung für alle Länder. Jupiter steht in dieser Zeit, in diesem einen Jahr lang, in dem er sich im Wider auffällt, vier Häuser von Pluto entfernt. Das ist ein sogenannter Spannungsaspekt, der für viele Veränderungen bei Menschen in Machtpositionen sorgt. Das können Politiker sein, das können Geschäftsführer sein, das können Könige sein, alle Leute, die irgendwie Macht und Kontrolle ausüben können. Kurz ein paar Beispiele. 2011 hatten wir auch so einen harten Aspekt zwischen Pluto und Jupiter und da hatten wir den arabischen Frühling, in dem sich viele Menschen im Nahen Osten und im nördlichen Afrika gegen autoritäre Regierungen aufgelehnt hatten. 13 Jahre davor, 1998, hat Gerhard Schröder Dauerkanzler Helmut Kohl abgelöst und die Affäre von Bill Clinton und Monika Lewinsky kam ans Licht. Das heißt, wir erwarten in dieser Zeit große politische Veränderungen, Machtveränderungen. Das muss, wie gesagt, nicht nur Politiker betreffen, insgesamt Machtveränderungen. Jupiter bringt Expansion und Freiheit und Pluto repräsentiert Macht und Kontrolle. Und das wirkt jetzt aufeinander. So, schauen wir uns das Horoskop von Deutschland an. Hier wandert Jupiter ins 10. Haus der Regierung, im Haus des Status und des Ansehens. Das kann bedeuten, dass in dieser Zeit die Regierung wieder mehr Ansehen bekommt. Wahrscheinlich wird dies durch plötzliche Veränderungen hervorgerufen in der Regierung. Denn mit Jupiter zusammen stehen im Widder zwei weitere Planeten, die diese neuen Trends und Veränderungen anzeigen. Rahu und Uranus. Uranus ist der Planet, der neue Trends ankündigt, plötzliche Umbrüche auslöst. Und Rahu ist der nördliche Mondknoten und der zeigt immer an, in welchem Lebensbereich wir Veränderungen erleben. Dort gibt es die größten Wandlungen. Das könnte bezogen auf die Regierung bedeuten, dass es entweder neue Gesetze gibt, die von der Bevölkerung positiv aufgenommen werden. Es kann aber natürlich auch heißen, dass die Regierung sich an sich verändert, sich also Personalien ändert, was dann von der Bevölkerung begrüßt wird. Das kann man leider nicht herauslesen. Allerdings wird dies nicht ohne Streitigkeiten oder Konflikte vonstatten gehen. Denn Jupiter herrscht im Deutschlandhoroskop über das 6. Haus der Streitigkeiten, Rechtsstreitigkeiten und Prozesse und steht im 10. Haus der Regierung. Das heißt, es sind auf jeden Fall Konflikte angezeigt, vielleicht auch Gerichtsprozesse für die Regierung. Jupiter aspektiert vom 10. Haus aus das zweite Haus des angesammelten Vermögens. Das heißt, es gibt Chancen für den Staat, Geld einzunehmen. Außerdem zeigt Jupiter an, dass sich die Regierung wieder viel um benachteiligte Menschen kümmern wird. Jupiter aspektiert vom 10. Haus aus nämlich das sechste Haus im Deutschlandhoroskop. Und das sechste Haus repräsentiert nicht nur Konflikte, sondern auch Dienstleistungen und Menschen oder Personen, die Hilfe brauchen. Und Jupiters Aspekt zeigt deshalb an, dass sich Deutschland in diesem Bereich engagieren wird. Im Horoskop von Österreich steht Jupiter ein Jahr lang im neunten Haus. Das neunte Haus repräsentiert alles, woran wir glauben und das Rechtssystem in einem Land, die Legislative. Zunächst sorgt Jupiter hier erstmal für eine optimistische Grundstimmung. Die Menschen in Österreich werden Gerechtigkeit und moralisches Verhalten immer mehr schätzen. Für die Legislative sind hier neue Rechtsprechungen angezeigt, die sich von der bisherigen unterscheiden. Denn Jupiter steht zusammen mit Uranus und Rahu im neunten Haus. Und Uranus zeigt neue Trends an und Rahu zeigt Veränderungen in einem Lebensbereich an. Und mit diesen Veränderungen können auch große Umbrüche im ganzen Land verbunden sein, weil Jupiter nämlich über das achte Haus der großen Wendungen, Transformationen regiert. Und Jupiter aspektiert zusätzlich das erste Haus von Österreich, das das ganze Land repräsentiert. Also das wird schon große Auswirkungen haben. Es kann zudem gut sein, dass sich die Banken in diesem Jahr verändern werden, speziell was spekulative Geldanlagen betrifft. Jupiter aspektiert vom neunten Haus aus das fünfte Haus der spekulativen Geldanlagen. Und in diesem fünften Haus steht im Geburtshoroskop Rahu. Jupiter triggert Rahu jetzt und sorgt damit für Veränderungen in diesem Bereich. Das könnte auch Vergrößerung und Ausweitung von spekulativen Geldgeschäften bedeuten. Denn sowohl Rahu als auch Jupiter stehen für Expansion in der vedischen Astrologie. Im Horoskop von der Schweiz wandert Jupiter ins sechste Haus der Dienstleistungen, Konflikte und Gerichtsprozesse. Interessant ist jetzt, dass Jupiter im Horoskop von der Schweiz über beide Geldhäuser regiert. Das zweite Haus des angesammelten Vermögens und das fünfte Haus der spekulativen Geldanlagen. Das heißt, in diesem Bereich wird es Streitigkeiten, irgendwelche Konflikte geben und die bringen wahrscheinlich viele Neuerungen mit sich. Denn Jupiter steht gemeinsam mit Uranus und Rahu im sechsten Haus. Und Uranus setzt die neuen Trends und Rahu bringt Veränderungen und beeinflusst damit eben diese Finanzhäuser. Es kann auch bedeuten, dass man anders mit Geld umgehen wird und das durch technologische Veränderungen herbeigeführt wird. Denn Rahu und Uranus repräsentieren beide moderne Technologien, was eben auf den Finanzsektor jetzt einwirkt. Was das sein kann, keine Ahnung. Jupiter wandert über zwei Planeten im sechsten Haus der Schweiz. Uranus und Pluto stehen dort im Geburtshoroskop. Und Uranus zeigt wie gesagt plötzliche Veränderungen und neue Trends an. Und Pluto repräsentiert alles, was mit Macht und Kontrolle zu tun hat oder Macht und Kontrolle ausübt. Und wenn Jupiter jetzt über diese beiden Planeten läuft, dann deutet das darauf hin, dass sich Machtverhältnisse ändern, Kontrollfunktionen ändern in der Schweiz und daraus neue Dinge entstehen. Das kann die Regierung betreffen, muss aber nicht. Das kann auch alle anderen Personen in Machtpositionen betreffen. Das war meine kleine Länderanalyse für den Transit von Jupiter ins Zeichen Widder. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne ein Like, abonniert meinen Kanal und ich freue mich auf das nächste Mal.